Tjo, zeig dich mal Kobold. Bist du Hunger? Hm? Hört ihr Hunger? Hinten muss man erstmal erkunden, gell? Sehr schön. Auf der Nase darf ich dich ein bisschen streichen. Pinky? Das ist schon sehr gut vermischer. Ein paar Nase rein. Hm, jetzt hab ich den kleineren Geriss. Da gibt mir das Näschen. Aber ich kann auch... Das ist schon ein bisschen. Ja. Das ist schon ein bisschen. Ja. Ich bin sehr kitzelig. Ich glaube, ich bin ein wenig beleidigt, weil ich gerade den Hintern rasiert bekommen habe. Und das ist schon ein bisschen... Wie ist der? Wie ist der? Und du nashst natürlich gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.